heilige freunde und herz kommt zu einer neuen folge von quaffentia in der letzten folge haben wir sind wir auf erkundungstour gegangen aber auch in der letzten in der anderen folge waren wir in defendants und heute kommt nur mit das heraus ja letzte war wirklich stressig wirklich ich hätte beinahe gestorben wieder wieder beinahe gestorben leute heute ist es jetzt soweit und heute fangen wir an unserer form zu bauen das hat du bestimmt auch gewünscht man kommt man endlich mal mit einer form ja die form wird jetzt heute gemacht weil ich habe es eigentlich angeplant und dazu brauchen wir brauchen ja nicht dein bett das ist mein bett wir uns wirklich mal in beiden haus wohnen wir haben eine hacke wir haben wasser zweimal sogar ja und wir brauchen sogar holz wir brauchen noch mal ein bisschen stein leute wir brauchen wir brauchen wirklich auch eisen das ist ja gerade noch nicht so ist also kein ja dann wir machen uns eine axt eine gut ich habe zwar eine axt aber wir wollen doch die eisene axt noch für später aufheben wo hat es gerade geleckt kann ich blockchain und ich habe ja schon mal Enemy des tausung vaubelt das habe ich inigen aber ich glaube ich auch noch mental gerade Ich habe heute war eine ganze Zeit habe ich doch ein dinges gemacht ein komster ich hab das jetzt ausgesprochen junger warum ist das hier eine disto geparkt das ist keine disto party bitte danke bitte wegspüren ich will dich nicht ich hasse es wenn doch immer wir wollen dass uns eine achs und eine spitze weiß spitze warum ich habe auch hier irgendwo stein also jetzt habe ich auch mit zuckerrohr aber ich würde ja auch langs auf die ausgehen aber da werde ich eine mine bauen wir sind immer ein bisschen sicherung ich hatte nur 17 ja was ist wahr komm besser in eine höhe zu gehen da zu sterben dann verliert ihr einfach eure items aber in eine mine das licht würde nicht so groß nur mit fahrgang ja okay was ist das für eine ich habe die eigentlich hier geplant weil es so ich brauche das schild jetzt nicht wie weit wollen wir es machen ganz vorsichtig ja da macht mir mal ein bisschen sicherung wollen wir eigentlich schon sehr hochbauen Junge, was ist das für eine Weile? So, also. Jetzt kommt's. Einmal. Zweimal. Ach so, stimmt. Ich bin doch blöd. Wir können das auch so machen. Wir können noch zwei Fälle machen. Jede zweite. Also das hier. Das ist unsere Farm. Und das wird unsere Umrandung. Ja, wir brauchen wirklich sehr viel. Guck, wir haben hier schon zwei Sektionen. So. Dann kommt jetzt die. Ich sag's, oh mein Gott, das könnte gerade noch so reichen, aber. Okay. Wieso bin ich jetzt gerade? Okay. So, das ist besser. Nein. Ach, baue doch nicht so. Ich bin ja angespannt, ja, ich weiß. Es wird dann gerade Nacht. Welchen Spielsatz gerade haben wir eigentlich richtig? Dann bin ich beruhigt. Weil ich hasse es. Ein Baum. Beim Baunen. Ach, Leute. So, heute Morgen, wo ich mich ja so ein bisschen aufrege. Im Block, man go. Aber ich muss euch aber was richtiges sagen. Ab sofort, Leute, kann ich Zoom-Shorts machen, weil. Weil ich bei. Jetzt kann ich euch ja auch nicht mal zeigen, als hier dieser. Ich mache ja zwei Bilder, dachte da, auch nur ein bis drei Euro und ist es noch geil. Das muss ja eigentlich auch geboten werden. Ja, Junge, man kann ja nicht schlaufen. Ja, okay, das ist jetzt unsere letzte. So, wie soll ich sagen. Hier fangen wir an. Das ist so, Baum. So. Oh mein Gott, das reicht zu können auch. Das reicht. Das reicht sogar. Aber jetzt. Ich hasse das immer wieder trinken. Oh. Da muss ich eigentlich ja... Ja, Leute. So, leider muss ich euch das so machen. So, da haben wir unsere erste. Okay, wir machen uns einmal das. So, geht das so? Na ja, Danny, ich glaube, du sollst nochmal richtig lernen, wie man das mag. Ich glaube halt, da muss man das so machen. Ich kaufe mir gleich irgendwas. Ja, so kriegt man den Tor hin. Andere machen wir jetzt für das. Ich mache jetzt mal so viel. So, da mache ich dies. Oh mein Gott. Das wird nicht reichen. Ich habe 27. Leute, ich sage jetzt schon, das wird nicht reichen. Das wird nicht reichen. Die Brüder abbauen. Ja. Änder können wir eh nichts. Also. Ich weiß nicht, was ich demnächst mache. Ich kann jetzt euch sagen, Oktober. Das habe ich jetzt schon. Ähm. Im Oktober. Ähm. Versuche ich. Oh. Ich wollte nicht mit dem ganzen Baum, um mich durch mehr zu kommen. Das ist voll dumm mit dem langen, ja. Da bist du 24 Stunden da an dem Baum. Und du hast immer noch nichts geschafft. Voll dumm. Das hier geht auch gar nicht so lange, ja. Ich will es heute auch nicht lange machen. Ich will es heute nur meine Farm machen, fertig aus. Oh, ich versuche noch blöd. Alter. Alter, du hast es doch nicht deinen Ernst, ja. Ja. Das war ein bisschen heiß. Bis zum nächsten Mal. Jesus ist doch nichtH cent. Oh. Entschuldigung. Am API. Wir schauen nicht. lord hablar Greetings. Oh. Das war es. Okay. Ich versuche noch mal. was klappt ihr denn hier so hat euch an die arbeit 10 können es nicht sehen wieso brauche ich das jetzt so weitermachen das ist dumm ja nein ich hab ja kein übricht oben weil ich habe was vergessen zu bauen wo ist diese erde ja halt so muss man weg gehen aus meiner ecke so wunder sind aber richtig nervig kann diese trädet ja junger man soll nicht mit den tränen soll einfach die können eigentlich nicht so gut hoch hoch alter spieler das heißt ja ein spieler auch immer junge wieso schwimmst du nicht nach oben wie den ganzen auf so kommen ja es ist nächstes ich wollte das gleich mit mit der schaufel ab so wenn jetzt sterben können wir jetzt nicht ändern noch ein paar blöcke ja ist ja schon gut wir haben keine art und drei hin ich kann dieses wort nicht aussprechen so wir bauen das jetzt so ab bei dem bahn dumm sind können die sehr ertrinkreich ach komm ach du scheiße ja das ist doch dumm du hast eine entfernung junge alter ey warum ist das jetzt so cool warte mal ich schreibe hier gleich bau ab Leute ich bin hier komplett das ist typisch 4 von 4 geupdate aber nicht richtig das soll ein spiel sein und nicht irgendwas sass das ist schon manchmal sass du tippst doch richtig nee wenn dieser spieler noch hier richtig ey manchmal könnte ich die denn wir sind fahren schnelle das ist ein kreuz neek das ist ein bloßzeichen fahn bloß ooo das hört sich doch falsch an która ja das würd nicht reichen und ich muss ja richtig dazu könnt ihr mal gerne ein like lassen abo ok doch doch 12 8 so dass man nicht so ist ja er kommt die team muss man befreit werden oh man bräuchte noch sieben die spanier umwelt nicht ich bin ich so auf dass ich das geht doch so weit ja so gut steht in seinem scheiß bett nicht jünger sucht ein anderes bett oder sie doch wandern ey wie ich das hasse ich war so dumm also ich bräuchte noch mehr ach komm weil wir können sonst was ich so machen das ist auch der fußball so kacke das geht ja ist das hier ja ich lass es ich werde jetzt gleich hier ausmachen wir sind jetzt bei 20 minuten für nächstes jetzt 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 ich brauche zwei jetzt 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 Ach komm, du tust jetzt nicht So Geil, ja? Oh my god, geht auch nicht kaputt Oh my god, geht auch nicht kaputt Lass uns Oh my god, geht auch nicht Na super, für nichts Was klebst du so? Geh doch an deine Arbeit, Mensch Ne, das wird mir zu viel Das wird mir zu viel Geht an eure Arbeit So Mir reißt Ich werde gleich ein Loch Ja Der soll ein paar tief sind Warte, ich pflanze erstmal Karotten Das wird mein Wildschau Der Wildschau, der hier rum ist So So Ach Leute, heute ist nicht mein Tag So Langsamer Zeit Wir haben 25 Minuten für Dafür gebraucht Für nichts Das hat mir auch nicht mal geholpt Der Wildschau Der Wildschau ist auch nicht da Also ist eine Zinge bleiben Da fehlt es doch eh heute nicht wieso bin ich jetzt blöd? nein, ich esser es jetzt nicht so nun bis hier mal das oder so brechen die kommen hier in meine äh, Freizeit nicht rein so wir können keine Tür öffnen wir haben noch 21 Kartoffeln die weil wir ja auch Brote haben werde ich jetzt das hier so packen wir haben 2 Stück nice wir können zum Beispiel auch noch eine Blume rein haben wir vielleicht Ding und dann ja also ich bin mal spannend in den nächsten Fall ja Leute ja Leute und so möchte ich das ja, dass wir das beenden warte mal ich dumm so Leute, das war mir das ich hab's auch nicht gefallen lassen Leiter ein Abo und zwar würde mich sehr freuen wir sehen uns zum nächsten Mal tschau 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 Leute Leute dann